Wer kennt das nicht? In einer heftig geführten Diskussion fällt zwischendurch ganz gerne mal der Ausdruck. Aber so geht das nicht. Da werden ja Äpfel mit Birnen verglichen. Was meint man aber damit eigentlich? Und stimmt das in jedem Fall? Schauen wir uns dazu dieses Durcheinander mal genauer an. Um Ordnung zu schaffen, kann man ganz einfach Gruppierungen definieren. Zum Beispiel alles Unbelebte zusammen in eine Ecke und alles Beliebte in die andere. Klar, dass die Elemente dieser beiden Gruppen einander ausschließen. Was aber, wenn wir nun nach anderen, sich nicht ausschließenden Kriterien ordnen möchten? Sagen wir, alles was rund ist in eine Ecke und alles was essbar ist in die andere Ecke. Das übrige betrachten wir mal nicht. Nun stellt sich heraus, dass nicht alle Elemente nur einer Gruppe zugeordnet werden können. Ein Apfel und eine Orange sind sowohl rund als auch essbar. Gehören also sowohl zur einen als auch zur anderen Gruppe. Beide Gruppen haben somit gemeinsame Elemente. Wir sprechen korrekterweise nun auch besser von Mengen und nicht von Gruppen, sowie von Schnittmengen, wenn zwei oder mehrere Mengen gemeinsame Elemente haben. Aber alles der Reihe nach. Einfach gesagt, eine Menge ist eine Ansammlung von unterscheidbaren Objekten. Diese Objekte werden Elemente der Menge genannt. Also zum Beispiel der Kreis ist ein Element der Menge, alles was rund ist. Üblicherweise notiert man diese Aufzählung der Elemente innerhalb geschweifter Klammern. Also zum Beispiel, alles was rund ist, ist gleich geschwungene Klammer auf, Kreis, Orange, Radieschen und so weiter, geschwungene Klammer zu. Um es etwas mathematischer auszudrücken, hier ein paar Beispiele. Die Menge der Einfachheit wegen A genannt, der Zahlen von 1 bis 6, schreibt man also so an. Eine weitere Menge, nennen wir sie B, könnte zum Beispiel so aussehen. Hierbei handelt es sich um die Menge unserer Buchstaben, genau genommen die Menge der Kleinbuchstaben. Eine dritte Menge, C, könnte zum Beispiel Rechensymbole enthalten. Grundsätzlich kann man Mengen benennen, wie es einem gefällt. Es gibt aber Mengen, bei denen die Bezeichnung vorgegeben ist, damit alle sofort wissen, was gemeint ist. Auch ist es oft unmöglich, alle Elemente einer Menge anzuschreiben. Wird eine Menge mit dem Zeichen n, also einem großen n mit Doppelstrich angeschrieben, so handelt es sich um die Menge aller natürlichen Zahlen, also aller positiven ganzen Zahlen. Das sind, einfach gesagt, all jene, die wir beim Zählen verwenden. Die Schreibweise sieht dann so aus. Gehört die Ziffer 0 ebenso dazu, dann schreibt man n 0. Das ist die Menge der natürlichen Zahlen mit 0. Eine etwas eigenartige Menge ist die leere Menge. Diese Menge enthält keine Elemente. Sie ist für spätere Betrachtungen jedoch wichtig. Die leere Menge wird mit einer durchgestrichenen 0 angeschrieben. Als nächstes sehen wir uns die Elemente einer Menge genauer an. Grundsätzlich kann ein Element zu einer Menge gehören oder nicht. Wir erinnern uns an unsere Menge A, welche die Zahlen von 1 bis 6 enthält, sowie unsere Menge B, welche alle Kleinbuchstaben enthält. Die Zahl 3 ist zum Beispiel ein Element der Menge A, jedoch kein Element der Menge B oder C. Man schreibt und spricht dies üblicherweise folgend. 3 ist Element von A, 3 ist nicht Element von B. Allgemein ausgedrückt, schreibt und spricht man, x ist Element von A und x ist nicht Element von B. Anstelle von x können natürlich auch andere Platzhalter verwendet werden. Kompliziertere Mengen als die eben genannten werden mit Hilfe von Eigenschaften beschrieben, welche zutreffen müssen, damit etwas Element eine Menge ist. Wie zum Beispiel die Menge aller geraden Zahlen. Für die ersten Elemente dieser Menge, nennen wir sie m, würde dies so aussehen. Beschreiben wir m aber mit Hilfe von Eigenschaften, so ergibt sich schnell ein anderes Bild. Anstelle der Aufzählung der Elemente wird stellvertretend für jedes Element der Platzhalter n gewählt und diesem die Eigenschaft zugeteilt, die für alle Elemente der Menge gelten muss. In diesem Fall muss jedes Element durch 2 teilbar sein, damit es eine gerade Zahl ergibt. Man liest, n ist Element von n0 mit der Eigenschaft, dass n durch 2 teilbar ist. Den senkrechten Strich liest man als mit der Eigenschaft. Wir haben anfangs schon erwähnt, dass ein Objekt auch Teil anderer Mengen sein kann. So ist der orange S-Paar und rund. Mengen können also auch gemeinsame Elemente haben. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie zwei Mengen zueinander in Beziehung treten können. Sogenannte Operatoren und Relationen helfen, diese Beziehungen mathematisch darzustellen. Der erste Operator sieht so aus, wie ein U oder eine Schüssel. Dieser Operator zeigt eine sogenannte Vereinigung zweier Mengen an. Im Grunde entsteht durch eine Vereinigung zweier Mengen eine neue Menge, welche alle Elemente der einen wie auch der anderen Menge enthält. Die Elemente werden also in einer Schüssel gesammelt. Gegeben seien die Mengen m mit den Elementen 1, 2 und 3 und n mit den Elementen 3, 4 und 5. Die Vereinigung beider Mengen enthält somit die Elemente 1, 2, 3, 4 und 5. Das U oder die Schüssel schreibt man dabei zwischen die beiden Mengen, die vereinigt werden. Die Ziffer 3 kommt zwar in beiden Mengen vor, wird aber in der Vereinigung nur einmal notiert, da es sich um dasselbe Objekt handelt. Demnach gilt, ein Element x ist in der Vereinigung m vereinigt n, falls x in mindestens einer der beiden Mengen m oder n ist. Mathematisch angeschrieben sieht dies so aus. Man sagt, ein Element x ist in der Menge m vereinigt n mit der Eigenschaft x ist Element von m oder x ist Element von n. Wie sieht nun die Vereinigung einer Menge m mit der leeren Menge aus? Richtig! Nachdem die leere Menge keine Elemente hat, die sie zur Vereinigung beitragen kann, ist die gemeinsame Menge eigentlich m. Dies gilt auch, wenn die leere Menge zuerst angeschrieben wird. Mit dem nächsten Operator bilden wir den Durchschnitt zweier Mengen. Das Symbol dazu ist ein auf den Kopf gestelltes U, also die Schüssel umgedreht. Bleiben wir bei den beiden Mengen m und n. Wir fragen uns, wie der Durchschnitt bzw. die Schnittmenge der beiden Mengen aussieht. Dazu erinnern wir uns an das einführende Beispiel mit den Äpfeln und Orangen. Wir müssen alle Elemente finden, die sowohl in der einen als auch in der anderen Menge enthalten sind. In unserem Beispiel sind das also alle Elemente, die sowohl in der Menge m als auch in der Menge n enthalten sind. Dies ist nur das Element 3. Der Durchschnitt beider Mengen ist also die Menge mit dem Element 3. Allgemein sagt man, ein Element x ist im Durchschnitt m geschnitten n, falls x in beiden Mengen m und n enthalten ist. Beziehungsweise mathematisch angeschrieben, ein Element x ist in der Menge m geschnitten n mit der Eigenschaft, dass x ein Element von m und ebenso ein Element von n ist. Wie sieht nun der Durchschnitt mit der leeren Menge wiederum aus? Richtig! Nachdem die leere Menge keine Elemente hat, kann es auch keine gemeinsamen Elemente geben. Der Durchschnitt ist somit die leere Menge selbst. Dies gilt auch, wenn die leere Menge zuerst angeschrieben wird. Der dritte Operator bildet uns die Differenz zweier Mengen und wird mit einem schrägen Strich dargestellt, der aussieht wie ein Backslash. Beginnen wir diesmal mit der mathematischen Schreibweise. Welche Eigenschaften muss ein Element x haben, damit es in der Mengendifferenz m ohne n enthalten ist? x muss ein Element der Menge m sein und gleichzeitig darf x aber nicht in der Menge n enthalten sein. Auf welche Elemente unserer Mengen m und n trifft dies zu? Beachte, dass x zwar in m enthalten sein darf, nicht aber in n. Das sind bei uns nur die Elemente 1 und 2. Das Element 3 kommt sowohl in m als auch in n vor und gehört somit nicht zur Mengendifferenz. Beachte weiters, dass Elemente, die nur in n, nicht aber in m enthalten sind, bei dieser Definition keine Rolle spielen. Das wären die Elemente 4 und 5. Mit anderen Worten, entsteht die Mengendifferenz m slash n aus m, indem man aus m alle Elemente rauswirft, welche auch in n enthalten sind. Elemente von n, die nicht in m enthalten sind, werden dabei nicht beachtet. Und wie sieht es nun wieder für die leere Menge aus? Richtig! Nachdem die leere Menge ja leer ist, kann es keine Elemente geben, die auch in der Menge m vorkommen können und aus m entfernt gehören. Damit bleibt die Menge m vollständig. Dies gilt aber nur in der dargestellten Schreibweise, also wenn die leere Menge nach dem Operator angeschrieben wird. Neben den Operatoren gibt es, wie bereits erwähnt, noch Relationen, um Mengen in Beziehung zueinander zu setzen. Eine wichtige Relation, mit der Mengen miteinander verglichen werden können, ist die sogenannte Inklusion. Bei der Inklusion wird festgestellt, ob alle Elemente einer Menge auch in einer anderen Menge enthalten sind. Ist dies der Fall, so sprechen wir von einer Teilmenge und einer Obermenge. Um ein anschauliches Beispiel zu nennen, die Menge aller Frösche ist eine Teilmenge der Menge aller Tiere. Die Menge aller Tiere ist somit die Obermenge und enthält die Teilmenge der Frösche. Mathematisch wird die Inklusion durch ein Zeichen dargestellt, das aussieht wie ein C mit einem Strich darunter. Für zwei beliebige Mengen m und n schreibt man also und sagt m ist eine Teilmenge von n. Dies gilt, falls jedes Element x der Menge m auch in der Menge n enthalten ist. Andernfalls ist m keine Teilmenge von n und man schreibt dazu zwei Beispiele. Gegeben sind die Mengen m1 und n1. Nachdem die Elemente der Menge m1 alle auch in n1 enthalten sind, gilt m1 ist Teilmenge von n1. Man sagt auch, n1 ist Obermenge von m1. Geschrieben wird dies so. Die beiden Schreibweisen bedeuten dasselbe. Gegeben sind die Mengen m2 und n2. Hier ist das Element 1 der Menge m2 nicht in der Menge n2 enthalten. Somit gilt, m2 ist nicht Teilmenge von n2 und n2 ist daher auch keine Obermenge von m2. Genau genommen bezeichnet man das Beispiel mit den Mengen m1 und n1 als echte Inklusion. Eine echte Inklusion schreibt man ohne den Strich unter dem c an. Von einer echten Inklusion spricht man, wenn die Obermenge mehr Elemente enthält als die Teilmenge, also wenn die Mengen ungleich sind. Betrachten wir nun wieder die Mengen m1 und n1. Da n1 noch die Ziffer 3 enthält, ist m1 eine echte Teilmenge von n1 und n1 ist eine echte Obermenge von m1. Worin liegt nun der Unterschied zwischen Inklusion und echter Inklusion? Dies ist recht einfach. Bei der echten Inklusion gilt m ist ungleich n. Diese Eigenschaft kann bei der Inklusion fehlen. Es kann also die Teilmenge genau der Obermenge entsprechen. Gegeben sind die Mengen m3 und n3. Wir sehen, dass alle Elemente der Menge m3 in der Menge n3 enthalten sind. Handelt es sich hier um eine echte Inklusion oder nicht? Es handelt sich zwar um Inklusion, aber nicht um eine echte Inklusion, da n3 nicht mehr Elemente enthält als m3. Als Beispiel echter Inklusion und echter Obermengen können wir auch die Zahlenmengen hernehmen. Wir erinnern uns an die Menge n der natürlichen Zahlen n und die Menge n0 der natürlichen Zahlen inklusive 0. n0 ist eine Obermenge von n oder anders gesagt n ist eine echte Teilmenge von n0. An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass diese Unterscheidung leider nicht immer genau eingehalten wird und es vorkommen kann, dass n für die natürlichen Zahlen inklusive der 0 verwendet wird. Hier muss man also aufpassen, wie es im Einzelfall gemeint ist. Wie gesagt sind n und n0 sogenannte Zahlenmengen. Weitere Zahlenmengen sind die Menge der ganzen Zahlen, also alle natürlichen Zahlen sowie auch alle Zahlen mit einem Minus davor, wie zum Beispiel Minus 4, Minus 235 oder Minus 81.309. 0 gehört ebenso dazu. Die Menge der ganzen Zahlen wird durch ein z dargestellt. Wiederum haben wir es mit einer echten Teilmenge und einer echten Obermenge zu tun. n0 ist eine echte Teilmenge von z bzw. z ist echte Obermenge von n0. Erweitert man z um alle Zahlen, die aus Brüchen ganzer Zahlen hervorgehen, so wird diese Zahlenmenge standardmäßig mit q bezeichnet. die Menge aller rationalen Zahlen. Nachdem es hier um Brüche geht, darf der Nenner, das ist die Zahl unter dem Bruchstrich, nie 0 sein. Die Division durch 0 ist mathematisch nicht definiert. Also ist der Zähler ein beliebiges Element a aus der Menge z und der Nenner ein beliebiges Element aus der Menge z ohne 0. Allgemein bzw. als Formel angeschrieben, sieht die Menge q dann so aus. Nun könnte man meinen, dass damit alle Zahlen abgebildet sind, ganzzahlige wie auch Kommazahlen. Es gibt allerdings auch Zahlen, die nicht durch einen Bruch zweier ganzer Zahlen dargestellt werden können. Die Wurzel aus 2 ist zum Beispiel so eine Zahl oder auch die Zahl Pi. Um wirklich alle Zahlen auf der Zahlengerade von minusunendlich bis plusunendlich darzustellen, wird die Menge R geschrieben, die Menge der reellen Zahlen. Somit gilt N ist echte Teilmenge von N0, N0 ist echte Teilmenge von Z, Z ist echte Teilmenge von Q und Q ist echte Teilmenge von R. Oder in die andere Richtung, R ist echte Obermenge von Q, Q ist echte Obermenge von Z, Z ist echte Obermenge von N0 und N0 ist echte Obermenge von N. Es gibt noch weitere häufig verwendete Zahlenmengen, aber die werden in diesem Kurs nicht behandelt. SOS SOS SOS